Ja, hallo, da draußen recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Projekt Ozone 2 mit mir heute im Start wieder, liebe Banose. Hallo Banose. Hallo. So, und ich habe im Ende der letzten Folge noch festgestellt, ich brauche viele Blöcke für den Stein der Wesen. Den brauche ich unbedingt für Projekt I, weil um Materie erstmal zu erzeugen. Ich bin jetzt mal ganz mutig. Ja, ja, ich, die explodieren mir gleich wieder. Wenn ich die nicht stacken kann, das ist das Problem. Weck mich doch. Die, die Barren oder was? Ich kann die Barren nicht stacken, die gehen wir alle einzeln ins Inter-ins. Wollte ich gerade sagen, ins-ins. Da brauchen wir 36 Plätze. Ja, nee, ich brauche ja neun erstmal, ich mache ja einen Block nach dem anderen. Explodieren die dann? Rot. Nein, ich meine die Blöcke. Ich weiß nicht, so weit war ich noch gar nicht. Ich kann es dir nicht zeigen. Aber wenn die nicht explodieren, geht es ja. Gut, das steht aber auch nicht dabei. Wenn es dir nicht zeigt, ob die explodieren. Kann es ja gar nicht sein. Aber wenn nicht, sobald wir das Stabilisierungsritual machen, sind es ja keine instabile Barren mehr, oder? Nee. Da sind ja das Stabiling jetzt. Ich weiß, man muss es auf jeden Fall so machen. Ja. Ich habe gedacht, die stacken tatsächlich. Nee, die stacken eben nicht. Das heißt, im Endeffekt musst du gucken, dass du neun Stück machst. Ja, eben. Und dann direkt zu neun Block vorm. Ich komme mal, ich komme auch da hin. Mal gucken. Ich muss sie erstmal rausholen. Dann muss ich das Teilungssiegel voraus machen. Ich gehe dann in den zweiten Crafting Table. Hast du den gerade in Betrieb? Crafting Table? Nee, du konntest den trotzdem. Ich wollte nämlich gerne helfen. Direkt näher bei meinen Hinsteller. Scheiße. Ja, ich weiß aber, wie es funktioniert. Ich hätte jetzt gerade mal das Rezept vernünftig hinstellen sollen. Ich mache keine Leid mehr, müssen wir aufhören. Das Projekt ist beendet. Ich weiß aber, wie es funktionieren kann. Nee, bei der ist nicht da. Ja, nimm mal dein Zeugs wieder, bitte. Geh mal Entdeckung. Hallo, ich habe... Ach, ich bin aus dem Crafting Table. Also bin ich auch nicht aufflog. Also ich kann den Crafting Table gar nicht wechseln. So, jetzt wollen wir probieren nochmal kurz. Du kannst du kräftigen, die haben nicht wechseln, gell? Nee. Dann fliegen die Sachen ja raus. Dann fliegen die Sachen ja raus. Ich wollte... Ja, na, ich wollte... Ich habe die... Die... Äh... Die Ingezappelchen hat ich ja drin gehabt im... Inventar. Jetzt bloß drum... So schnell ist doch keine Sau. Ja, aber das ist nämlich das Problem. So schnell ist doch keiner. Du kannst das Rezeptor und die Shift klicken. Den nehmen wir doch. Hä? Den nehmen wir doch, das geht. Nee. Den Block habe ich gerade versucht. Ich habe neun... Neun... Äh... Dingens gehabt. Mach mal dein Magnet aus. Okay, Moment. Mein Division-Sigel. Ich habe aus. Also du kannst die... 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 Die Ingez kannst du das Shift rausklicken. Also wenn du die in dem Siegel da hast. Du kannst nicht das Rezept-Shift-Links reinklicken. Also aus dem... Nee, nee, du wolltest die rein. Ja. Und das ist schwierig. Nee, eins. Hab ich. Der eine ist kaputt gegangen. Ja. Dann weiß ich ungefähr, wie man das machen kann. Warte. So. Nämlich. Ich habe auch den Inventar gefüllt, bis auf die oberste Reihe, dass alle in den Ober drin liegen. Genau, das mache ich jetzt auch. Wir haben keine aktiviertes Teilungssiegel mehr. Doch, ich habe noch eins. Aber ich habe nichts mehr. Und eins, zwei, drei, los. Ha! Einen habe ich. Echt? Ja. Oh, vier Stück, ja? Ja. 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 Die blöcke sind stabil, ja. Sie explodieren nicht. Und los. Fällt einfach Motorrad. Drei. Der läuft wenig zu langsam, da fällt mir den Motorrad. Und der Letzt. Vier. Vier. Ja. Willst du mir die anderen Sachen geben? Dann brauche ich den Stall nehmen. Die habe ich nicht, aber ich nehme mir im E-System. Achso, okay. Ja, gibst du mal die? Äh. Ich habe jetzt schon Schiss gehabt, die explodieren. Ich war jetzt ziemlich unsicher. Puh. Danke dir. Jo. Können wir das mal wieder wegpacken? Garten. Ja, da fällt der Regenhof Odin noch her. Waren das mit ihm? Ich habe jetzt auch was. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich brauche die 128 Raumkomponenten. Backmethod. Kann man die Pneumatikkraft noch aufbauen? Bitte? Die Pneumatikkraft noch aufbauen. Was denn? Der Pressure Chamber. Ja, er steht doch hier. Wieso, was brauchst du? Oh, vier Stück. Bitte? Vier Transistoren. Vier Transistoren brauchst du. Drei noch einrichtig mäßig. Aber das passiert noch nicht. So weit bin ich noch lange nicht. Aber irgendwann. Welche Platte? Ähm, das war... Schwarz? Äh, ich sag das. Redstone und Compressed Iron. Und nochmal irgendwas. Ja, schwarzes Plastik. Genau. Ja, mache ich dir eben drei Stück. Hm-mm. Und... Compressed Iron. Dark solarium. Ach, ich brauche schon wieder Puls. Ich sag das auch schon. so ich tue sie dir im menüsystem so sind wir so 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 ähm, gibst du mir mal kurz die die Dingenswitter, die Wasserkanne Moment Moment Wo bist du? Im E-System bei uns Moment 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 Ja du kriegst du schon feine Sachen her Ja du kriegst du schon feine Sachen her Ja du kriegst du schon feine Sachen her Joa muss man sagen, also läuft mit den Autocraft. Redstone und Ferrandium. Redstone und Ferrandium. Passt. So, dann machen wir die letzten Seeds noch, da sind sie schon. Und erledigt. Agicraft Seeds auch erledigt. So, die Quest auch fertig. Mein Gott. Vielleicht nur noch den Ring auf Odin. Bei der Gamma. Und den Ahemister packen, den haben wir sogar einfach aus dem Revolve Bankravis gekriegt. Okay. Okay. Oh, die ganzen Chipsets. Das ist eigentlich alles mit, genau, alles mit Redstone. Diamant, Gold, Eisen, Quarz und Emerald. Okay. Unser Iron, Gold, Deer, Emerald und Quarz. Und jetzt. Und jetzt. Jetzt ist es für das, was ich dich halte, ja genau. So. Genau, da haben wir den nämlich schon fertig. Dann brauchen wir den noch hier. Da brauchen wir noch ein Quarz Chipset. Und jetzt. Okay. Jetzt geht's doch. Ich ziege mal einen Cobblestone ab, ja? Ja, mach das. Ich spande mal einen Cobblestone in Diamant, deine Äpfel. Okay. Der Firm ist Elektro-Heat-Source, Firm ist Energie-Storage-Unit. So, die Transmutation-Table. So, die Transmutation-Table. So. So, die Transmutation-Table. Boh, dauert die Chipsets. immerhin wird und die ganze leser dann hast ja ehrlich so aufwendig war ich noch nie ein transportation aber die folge ist schon wieder vorbei deswegen würde ich ja wieder sagen wenn euch die folge gefallen hat dann lasst ein like da lasst ein abo da lassen kommentar da guckt beim schwabe rum link wie immer eine video beschreibung und bis zum nächsten mal ciao